hallo leute schön dass ihr hier seid bei minecraft gut hier ist unsere anlage und wir sehen sie hat voll liquid italien aber ja von dinks her ist noch relativ knapp also wir verbrauchen immer mehr als wir generieren dann habe ich offline hier ein bisschen weitergemacht ein bisschen vergrößert und ich habe hier schon mal vorbereitet alle möglichen komponenten die wir brauchen um die rakete zu bauen aber da fehlen uns dann noch ein paar andere sachen wir könnten ja mal die rakete bauen die können wir mal bauen ist ja egal haben wir die mal so und so tier 1 rakete sieht dann so aus relativ groß mit unseren leuchtenden augen das habe ich gebaut hier habe ich einen schutzanzug gebaut ich dachte die brauchen wir aber brauchen wir nicht und ich habe hier und schon mal ein paar sachen gebaut dass wir die tanks den gier also verteiler oder was denn da sind jetzt ich glaube diesen antrieb barcode also fallschirm die maske ja und unsere satellitenschüssel die wir jetzt hier oben haben und hier oben gehört auch noch ein teil rein aber das kann ich irgendwie nicht kraften ich vermute das bekommen wir später denke ich mir mal so ein bisschen leiser weil sie laut dass wir euch da für mich jetzt ziemlich laut deswegen keine ahnung sehen wir dann wenn so weit ist seit von lied zu lied leider verschieden da muss ich mir noch was überlegen damit die töne alle angepasst werden das haben wir gemacht und ich wollte jetzt eigentlich mein ursprünglicher gedanke war hier galactic weitermachen aber in den ganzen wie erwart bin ich jetzt mal kommen genau ich wollte mich mal nicht hier oben gucken es gibt ja die möglichkeit hier solche solarzellen auf zu haben wir vollmond wenn ich vollmond heim und dunkler mond keine ahnung wir haben dunklen mond wird mal schlafen gehen nach lange wäre eine möglichkeit also dass wir uns solarzellen kauf bauen und da gibt es ja diese solar er ist von unseren guten environment zum mal gucken wir gehen mal da nach unten da haben wir unsere void ohr meiner sind ja gut am hut das heißt die haben jetzt tier 4 das heißt wir haben schon die sachen für tier 5 das muss jetzt mein kopf das heißt wir können ein tier 5 solar panel bauen wenn ich das jetzt richtig verstanden aber wir haben jetzt ein tier 4 daraus bekommen wir die sachen für tier 5 das heißt tier 5 controller braucht ionit haben wir unit ja durchaus wir haben unit können wir das weiterverarbeiten so gut machen wir so kann man ein bisschen mehr machen schadet nicht dann können wir den tier 5 mal bauen der geht so dazu brauchen wir das da da und das da da und das da da so dafür brauchen wir dann lutherium und lapis blöcke ich glaube die haben wir die solarzelle brauchen wir hier das ist inter connect inter connect inter connect inter connect blöcke können wir karten gut dann das haben wir die foto cells müssen wir noch mal na komm die idee einfach so damit tier 1 mal bei tier 2 brauchen wir dann die erweiterten solar panels da brauchen wir auch den erweiterten kann man natürlich aus der vorherigen machen tier 3 brauchen wir die da ja daraus brauchen wir wieder den da da das sind ja dasselbe oder edurik kiorik salatzelle kiorik salatzelle ok die brauchen wir jetzt nicht zweimal machen habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht gerade wenn wir jetzt den ersten hammer den zweiten hammer der hat klar und der dritte was hat der dritte andere also der hat die blöcke außen rundherum ok die blöcke gut mehr hat er nicht anders dann tier 4 hat die dinge da ok da ist wieder neu das war jetzt tier 4 ne das war 5 4 und 5 5 haben die gut bis auf die blöcke müssen wir jetzt eigentlich alles haben jetzt machen wir das alles mal rein und gucken wir mal ich sag bis auf die blöcke müssen wir alles haben ich mach mal meinen ton leiser ich hoffe es ist nicht zu laut für euch wenn doch tut es mir leid für die folge ich kann es ja mir erst dann anhören wenn ich die folge fertig habe aber ansonsten seht ihr ja was ich gerade so mache also sollte das normal nicht das problem sein so das sollte alles einsortiert geworden sein genau hier ist was drin das verteilt sich ja so ein bisschen ich habe gesagt wir werden das noch nutzen hier suchen tier 5 jetzt gucken wir mal was uns dazu fehlt dazu fehlt uns so die blöcke hier chironite also chironite blöcke fehlen uns die mache ich jetzt mit der hand da brauche ich jetzt kein rezept machen denn wenn ich da so ein paar mache reicht das allemal und es hat noch gefehlt tier 5 das war dann noch die anderen blöcke erodium erodium also wir haben das zu viel von dem zeug leute da können wir ich glaube die ganze welt damit zu pflastern das eigentlich irgendwie so mit steuerung ne steuerung shift steuerung doppelklick ne shift achso ok eine hand nehmen und dann mit shift doppelklick ok solar ich möchte davon eins mir genehmen wenn das genehmt ist es wird jetzt ein bisschen dauernd so was brauchen wir denn dann noch wir brauchen da noch jetzt mal hier reingucken wir sind ja jetzt hier ich will ja jetzt nicht sagen dass ich hier doch ich bin schon in solar drin ah ok das produziert dann ne 118.934 äh 43 ja ok im peak also maximal wir brauchen struktur frame 5 48 stück struktur frame 4 da haben wir noch keine 5 ok machen wir mal eins davon wie lange dauert das so dann können wir das mal oh upgrade to tier 5 ja 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 also eigentlich ist es schon teuer aber wenn man es anders nimmt wir haben es ja wir brauchen hier 48 da fehlt uns prismarinschart prismarinschart mit dem dorfklimmer als prismarinschart 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 das kriegen wir so ok ok es wird kein problem sein das ist ja hier mystical agriculture dann sollte es kein problem sein so ich gucke nochmal ich glaube es waren 48 jawoll tier 5 40 1 2 3 äh na komm 47 48 stück jetzt haben wir alles starten wir mal so den controller haben wir mal dann brauchen wir what the fuck was sind jetzt tier 5 ist da jetzt egal welche wir nehmen oder brauchen wir wirklich die von tier 5 ich glaube das brauchen wir die von tier 5 121 und dem modifier das ist klar 121 so la das sind dann wir brauchen wir für tier 5 tier 5 das ist dann in unser fall hier der solar area das sind die ionite ionite die hier 121 ok wir haben alles so daher schauen sie gar nicht auf aus eigentlich 1300 irgendetwas solarzellen ja man soll er machen es ist ja nichts verwerbliches und dann haben wir die modifier da müsste ich jetzt mal gucken was bringen die uns äh äh lightning rod warte mal warum ist jetzt lightning rod ich habe doch modifier angeklickt modifier upgrades oder bei default ja schön danke und jetzt erklären wir das auf deutsch bitte haben wir den modifier hier drin mod die mod die vielleicht sagen sie uns hier etwas ne es war irgendwo ich weiß dass irgendwo beschrieben war was der modifier bringt ich weiß nur nicht ob es jetzt in dem buch war ich weiß nur nicht ob es jetzt in dem buch war block to use upgrade modify am multiple by default even multiple camera super interessant das interessiert keinen mensch hier auf der welt steht das da hier vielleicht irgendwo drin welcher was macht nein auch nicht wir finden mal raus äh null speed ist klar pizza aktuale kreativ fly haste french jump regen ist distanz fire water okay das sind die anderen also die führen das heißt wir haben hier nach oben wir haben null modifier das heißt er macht nichts das ist für geschwindigkeit pizzo ist ich glaube dass bei regen auch generiert wird ich muss mir das echt nochmal anschauen pizzo und was macht der akt der bitt so dass wir noch etwas null modifier haben wir null modifier als links drin 0 0 also null null ist doch egal wie man ausspricht jetzt was da jemand an die wand nagel möchte null null wie man es möchte wie der franz sagt keine ahnung die frage ist was kann man alles rein tun was bringt uns der speed modifier geschwindigkeit aber bringt uns bei einer solarzelle geschwindigkeit etwas die zwei sind der einzige was mir interessant werden aber du 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 wenn wir zurückgehen auf die solar sind da die modifier die bereiten können ok ok verstehe jetzt ja nur noch recht interessant ob der englisch 0 modifier oder mit zum modifier mehr können wir reintun ok dann hat sich die sache erledigt gut wir brauchen zum modifier hier oben wieder speed steht doch alles da was man verwenden kann man nicht weiß ja nicht los junge so der kraft hat hier noch fröhlich was hin naja ja 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 nicht mehr so lang oder 800 noch jetzt auch jetzt wenn es sich jemand gemerkt hätte wir brauchen bei tier 5 brauchen wir zwei stück jetzt auch es fehlt mika blöcke ok amets kamika oh oh auch der 0 modify auch das nie die kürze sie können sechs machen wie jetzt so machen wir halt sechs davon braucht ihr was zwei das heißt ich kann drei machen drei geht weil er sechs braucht okay ja das heißt so und dann 0 modifier ich habe schon wieder vergessen wie wir insgesamt brauchen zwölf stück drei haben wir das heißt ergibt 99 lehrer rein das heißt die effizienz bei regen glaube ich ist das ist dann nicht so hoch aber wird jetzt gar nicht mal so tragisch warum auch nicht dann haben wir struktur frames 48 perfekt und dann warten eigentlich nur noch auf die solar dinger die ja noch fröhlich vorsicht hinkraftet das dauert natürlich ein bisschen länger weil das waren ja auch viele davon jetzt muss gucken wo stellen wir den ganzen schmutter hin ich würde ja sagen hier oben da haben wir noch unsere zwei farmen die wir nicht nützen was haben wir für ein maß wir haben in 13 13 ergibt dann 15 mal 15 mal zwei die sind nur hoch 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 ja 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 ich weiß ihr denkt doch jetzt was mit dem verkehrt aber es ist so also 15 15 ist maximal 77 das ist eine behinderte zahl ok ok 1 2 3 4 7 haben wir hier 1 2 3 4 5 6 7 das heißt hier kommt dann haben wir hier wieder 1 2 3 4 5 6 7 das wäre dann die 15 dasselbe hier nochmal 1 2 3 4 6 7 dann ist hier raus 1 2 3 4 5 6 7 der baum ist weg hier ich weiß gar nicht habe ich da nicht irgendwie dinge drauf gehabt so weg dann gleich da ich hatte diesen ganzen schmoder hier gut und dann haben wir hier alter das rumpflegen ist eine müßselige sache 1 2 3 4 5 6 7 hat er jetzt richtig gemacht das heißt wenn man hier noch 1 weiter mit nur 1 weiter rauskommen so und so da kommt der hier hin das passt dann kann man hier und wollen jetzt mal weg hier kein ding's meiner drauf wenn meiner dachte ich hatte hier wen man drauf jetzt stehe ich natürlich so an dass ich jetzt sagen muss ich muss jetzt hier ein drunter gruppen wobei ich brauche ich gar nicht drauf was mache ich hier hat den jetzt auch 1 weiter nach draußen gesetzt schon also wir sind hier da habe ich schon 1 2 3 5 6 7 und den ja passt perfekt gut 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 weil er kommt der außen dran das heißt wir können den ersten schon mal hier hinsetzen ich würde sagen hier machen wir die erste partie er muss man habe ich in der mitte eingang und außen müssen hat dann noch gucken so 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 ja wird schon passen gut leute dann würde ich aber sagen was das für die folge in der nächsten folge bauen wir das mal auf damit wir vor allem mal strom technisch kein problem haben denn es bringt nichts wenn wir zum mars oder weiß ich nicht was der erste planet ist den man erkundet mit unserer super rakete dass wir hier rauf fliegen wenn wir kein strom haben wir brauchen ja oben auch strom wir brauchen dann auch noch jede menge anderen geräte die ich noch nicht habe aus dem kollektor und weiß der geier was wir brauchen ja noch viel da müssen wir auch gucken wie man das herstellt normal aus öl müssen wir haben also es wird noch eine lange prozedur bis wir wirklich abhemen aber in diesem sinne würde ich sagen lasst ein like da haut rein tschüss bis jetzt